1 hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten youtube video und zwar in minecraft mit mir dabei ist mein kleiner kollege dominik der bro gamer yt und ich bin eine runde masterbilders aus langeweile definitiv aus langeweile oder wollen wir mal abwarten was das erste thema ist und natürlich natürlich das einzige was ich nicht kann baumhaus zu den 20.000 die sowieso nicht kann eins sollte man gleich von anfang an von mir wissen ich kann überhaupt nicht bauen das haben wir schon gesehen das streaming ist unten der b beschreibung könnt ihr nur mal angucken die zwei ja ich wollte mich verarschen ich finde keine zepplinge dann wollen wir mal versuchen also ihr dürft mich auch gerne danach auslachen ich habe da kein problem mit dominik das geht übrigens nicht für dich ein bisschen mit der höhe aufpassen wahrscheinlich das schlechteste was ich je gesehen haben werde aber es ist mir egal es ist mein häuschen dein traum häuschen wer weiß vielleicht werde ich dann heiraten kinder zeugen mit mir das letzte streichen lieber letzt auch doch lieber einfach da warst mit mir eventuell die sache näher mit marcel oh ja definitiv muss ja diese geile schnelle nein ja ich mache das zweimal einmal dafür dass du mich angemacht haben einmal dafür dass du dominik angemacht hast mit diesem schleim bolzen der ecke nein nicht du wollte gerade sagen ich kenne mich hier bei 4 1 2 3 4 was sollte nein das sieht nicht synchron aus ich habe schon schlimmer sachen gegeben von anderen leuten name wird jetzt hier drinnen jetzt genau jetzt eingeblendet ich habe 100% vergessen ich kenne mich doch im schnitt bin sehr sehr froh damit was widerschreiben angeht ja habe ich liebe dich auch ich kann überhaupt nichts das ist ja oh gott das sieht so scheiße aus mal alles abliegen und das obwohl ich noch nicht mal fertig bin das dominik wo hast du den sex tonpark her es wird in der widerschreibung hier bekloppen gefunden bei otto danke für die 20 mehr euro nein das war jetzt keine schleichwerbung überhaupt nicht nein überhaupt nicht nein ich mache keine gleichwerbung kauf mal merch nach zwei minuten weil die mich jetzt alle hart kommst du auch nicht wirst du auch nicht fertig wahrscheinlich nicht ne noch lange nicht fertig habe ich lange gebraucht um sachen zu setzen wie zum beispiel bäume ich habe gar keine setzlinge benutzt okay das ist ja das war echt doof von mir du bist irgendwie noch einigermaßen hin zu bekommen in der 1,5 minuten folge oh gott das wird so scheiße my eyes are bleeding ist aber nicht so negativ ich bin nicht negativ ich bin der horst ich bin nie negativ scheiße ist das scheiße man jetzt fragt was ist das das baumhaus das mega projekt und so ne ja mega projekt genau hast du es etwa geguckt oh gott my eyes are bleeding man so einmal auf suche oh gott oh gott oh gott ich kann kotzen ja gut kannst du machen muss aber nicht ich werde niemals fertig kannst du sagen was du wirklich fertig ich werde niemals fertig geworden hier rein setzen kommt natürlich noch genau ein bisschen ab das lassen wir lieber weg das lassen wir lieber weg aber eventuell ein hin so dass raumoptik kriegt da noch ein hin da noch ein hin so machen wir da auch noch mal zwei hin und dann sieht das so was von dermaßen scheiße aus easy sieht aus als würde keine ahnung was wir lassen es einfach wir lassen es dabei es sieht schön aus und wir machen es so es wird nicht gesagt von wem was ist oh Horst sieht so scheiße aus meinst du blick nicht meins ist es nicht dafür sieht es so schön aus ja ist gut ist gut kann man nicht sagen kann ich finde ich finde es ist gut ich habe auch gut reingesetzt hat das schick gemacht wenn die da meins sehen dann heulen die äh boah meh das hat nichts mit baumhaus zu tun meh meh es ist ein baumhaus aber mit zu viel lava der hat übertrieben das ist für mich kein baumhaus tschüss ja die community war damit bei sehr stark das warst du ne ja naja baum ist es da nicht wirklich ist er wenn du stamm wow everything is awesome man everything is awesome meh ich gebe dir einen meh weil du Anfänger bist aber meins ist nicht zerstört worden ja hätte ich mal ein bisschen gegeben dann wäre es zerstört what the fuck ist das ein was ist das denn soll das eine Treppe sein der hatte dann ist das denn ernst äh meiste wieder ich weiß nicht was es sein report report genau das war ein definitiver report ich weiß nicht was es sein soll aber ja ok es sieht aus wie eine brücke aber es ist aber es ist kein baumhaus oder doch da oben ist ok doch ja ja doch relativ sieht es aus wie ich glaube hätte mehr zeit gehabt wäre das noch richtig geil gewesen also nicht schlechte ansatz nice nice so was ist das hier das ist ein baum ja wo nix draufstehen wo ist das haus äh meister bleeding ähm wo ist das haus das wahrscheinlich wohnt da umgespielt oder blattlöse ich weiß nicht wie aussieht äh meister bleeding ähm äh meister bleeding das ist house of the black guy alter auch noch rassistisch meister bleeding aber hart report das ist für mich ein report heister das ist rassistisch man oh das sieht so schön aus uuuuuh wer ist ja nicht politisch werden dabei deswegen da spare ich mir meine sprüche aber das ist amazing also kann man nichts dagegen sagen ja das ist auch ja 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 doch ich finde das schön das ist nice hätte ich bisschen mehr zeit bekommen dann hätte ich auch mehr geschaft das sieht irgendwie aus wie so ein wachtturm auf dem baum gesetzt naja zweiter weltkrieg na 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 wie kommt man da hoch ist die Frage lol hehehe hehehe meins lassen sie heil und dessen zerstören sie what the fuck sieht doch scheiße aus hey 66 punkte wo bin ich denn Platz 3 ernsthaft der penis hat gewonnen deren ernst ich hab mir na scheiß drauf was wir nehmen jetzt dir im ernst schaffen wir wohl noch ne runde hm noch maximal eine ok weil wie gesagt die müssen wir jetzt wieder raus cut also wir sehen uns nach dem cut na mit dem thema Dinosaurier Dinosaurier oh ja weißt du was weißt du was jetzt grad das gemeine ist was ist das erste was mir dabei einfällt Marcel die Dinosaurier sind immer trauriger hehehe aber mir fällt Marcel ein er ist kein Dinosaurier Marcel ist gay und da war was du bleib Marcel war das du bleib Mist also nichts das ich gegen Schwule hab ne also ich will mich jetzt hier nicht dagegen äußern aber Marcel mag ich nicht doch ja doch ich baue jetzt einfach einen Pfeil dahin und sag wie du tot hey ich weiß nicht wie soll man denn ein bisschen so was bauen ich kann kein Dinosaurier bauen ähm weiß ich nicht ich baue jetzt einfach mal konterbunt drauf zu die Zeit wird auch niemals reichen weil wenn ich jetzt da nichts baue dann äh so das wird mehr eine Schlange als wie alles andere aber nicht schlimm nein 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 Okay Oh Rote Wolle auswählen Minecraft zu stellen. Ja. Meiner ist ein Kasten. Was wird hier noch gehen? Ich weiß gar nicht, was ich hier baue. Ich weiß nicht, was für einen Texturenpack die alle haben. Das heißt, überall sieht es anders aus. Leider weniger. Mehr als zerstört werden kann es auch nicht. Mein Dinosaurier würde auf die Nase gehauen. Wer hat eine Nase? Natürlich. Ich glaube meiner hat mit Harry Potter. Wie heißt der auch noch? Der Böse. Ne, der Böse. Voldemort. Alter, sprich den Namen nicht aus. Ja, aber Voldemort. Ähm. Glaub, mein Viech hat zu oft mit Voldemort gespielt. Na Leute, tut mir leid. Ich kann kein Dinosaurier holen. Seht es ein oder es wird sterben. Alter. Ich glaube, meins sieht aus wie so ein Gummimännchen. Du bist sofort ein Messer-Fan. Ähm. Wie nenne ich das denn? Ich nenne es... Pizza. Nee. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist die wahre Schlange. Ach, Sex mit Nü... Ah. Dann haben wir noch. Eins, drei. Easy. Mit 4 FPS nimmst du auf? Ähm, ich hab 60. Na gut, ich hab grad 100. Ja gut, ich hab grad 100. Ähm. Ah, die, die, die voll ja noch nicht. Ach komm schon. Und... Puppies irgendwie noch abzurunden, das ist so schritte Klotze. Weißt du noch, weißt du noch damals den Dings, den ich gebaut hab? Den, den, das Krokodil? Äh, ja. Genau so sieht das Fiki-Gott aus. Nice. Ein richtig geiler Dorf. Ähm. Nicht? Ich bin Hellwood. Sieht aus wie so ne richtige Hellmutter, ja. So ein Hellwood? Ja. Und auch ne Fackle auf den Nase. So muss es laufen. Ey, das ist gar keine schlechte Idee. Warte, 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 komm. Ausrede, es ist Weihnachten. Und ich wollte mein Kapitel, ich wollte mein Dino, Weihnachten anpassen, natürlich. Ah, das macht's, hatte ich keinen Sinn. So, fertig. Und es sieht total nice aus. Oh, ich hab's nicht gesehen. Oh Gott, oh Gott. Ich hab's nicht gesehen. Ja, mein sieht auch nicht besser aus. Ist es Deins? Nee. Alter, mein sieht nicht mehr anders aus. Ähm. Ist gut. Ich hab's jetzt okay. Weil er hat sich echt will gegeben. Ah, er hat sich echt will gegeben. Äh, I don't. Hmm, no. I don't know. I don't know. I'm bleeding. Ja, das war ganz, ganz knapp verfehlt, Junge. ja das bist du ja hier wo everything ist aus du musst sehen was ich meine folge gegeben habe ist explodiert es ist noch da das ist das ist ein huhn alter das wurde misshandelt von naja gut man kann noch man kann noch mehr geben ich hab mehr gegeben wirklich das am ende nur aus was mein ist halt doch nicht so streng die community hat gesprochen also du kannst das gerne weitergehen weil dann komme ich doch noch okay dass du wahrscheinlich zu sagen oder ich nehme die rote scheibe tut mir leid du hast kein bild es ist es hat aber mehr in die kamen das ist eine schlange aber kein dino damals gab es auch schlagen schlau mal hin ich finde es ich gebe ihnen gut der ist niedlich ich habe mehr gegeben wow hast du dir auch gerade so gelackt gelackt hat das ding einen auf die schnauze gekriegt oder das war von meinem psychiater okay jetzt geht es jetzt steht es nur los jetzt war mir schon irgendwie klar wo bin ich vierter du bist jo leute und das war es dann auch erstmal mit meinem ersten video vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal jetzt mal erst mal ganz ruhig ja kollega ich habe schon abgebrochen okay dann geht meine folge dennoch weiter das war es mit meiner 180. folge müsste das jetzt sein weiß nicht ich kenne nur vier jedenfalls das ist meine 180. folge und schreibt herzlichen glückwunsch zu 180 hashtag 180 hashtag nosbam und wir müssen raus bevor wir in der runde wieder sind ähm na gut leute dann lasst'n geht auf forsties kanal welkendrache da bloß ohne THB das bin ich genau das ist er und der schmeißt Leute drum äh geht auf den kanal denn das ist ein ganz 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 külter boy der macht auch let's plays äh ach scheiß doch geht vorbei sagt schöne grüße von äh alfred und hermann jo und wir sehen uns tschüss